Die Produktion und Automobil arbeiten sogar in dieser Art Industrie. Es ist wirklich eine große Größe. Es geht nur darum, Packaging zu nutzen. Je mehr Unternehmen genau das mit uns machen, desto mehr Plastik können wir ersparen. Wir waren in den letzten Jahren hier eifrig. Vor zwei Jahren haben wir die großen Konzerne dazu bekommen. Und mit denen haben wir jetzt bis heute 2.000 Tonnen Plastik erspart. Also von Jahr zu Jahr immer mehr Plastik. Aber auch gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Aber so ist der gestrickte 30-40-40. Das heißt, wir müssen an dem System etwas setzen. Und er wird auch weiterhin diese Basque wegschweigen. Ja. So, was passiert ist, dass ein Plastiker, wenn es nicht so ist, ist, dass es nicht so ist. Er wird immer das tun. Er wird 34-50 Jahre. Er wird immer das tun. Das ist nicht so ist. Das macht es nicht so ist. Untertitelung des ZDF, 2020